Hallo, ich bin Patrick von Projekt Neptun. Ich stelle dir das HP ProBook X360 435 G8 vor. Das ProBook ist unser Einsteiger-Convertible von HP. Dieses Laptop-Modell eignet sich besonders gut für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende, welche das Laptop vor allem für Notizen zum Lesen und Recherchieren benötigen. Der AMD Prozessor sorgt hier für eine konstant gute Leistung. Die detaillierten, von uns geprüften Spezifikationen findest du auf unserer Webseite. Das ProBook wiegt 1,45 Kilogramm. Es ist 1,8 Zentimeter hoch und der Deckel sowie die Tastaturabdeckung bestehen aus Aluminium. Wir zeigen das Gerät mit einem A4-Block, damit du dir die Dimensionen besser vorstellen kannst. Das IPS-Display ist 13,3 Zoll gross und glossy. Es hat eine Full-HD-Auflösung von 1920 auf 1080 Pixeln. Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist wahlweise im Schweizer Layout oder mit English International erhältlich. Der im Lieferumfang enthaltene Stift ist batteriebetrieben und lässt sich mit Hilfe einer Lasche seitlich am Gerät befestigen. Auf der linken Seite des ProBook X360 435 G8 befindet sich ein USB-A-Anschluss und ein kensichten Nano-Slot. Auf der rechten Seite befindet sich der proprietäre HP-Netzanschluss, ein USB-C-Anschluss, über welchen du Bildschirme und diverse andere Peripherie verbinden und das Laptop aufladen kannst. Ein weiterer USB-A-Anschluss, ein Full-Size-HDMI-Anschluss, ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss sind ebenfalls vorhanden. Wie alle unsere HP-Laptops verfügt auch dieses Laptop-Modell über einen Fingerabdruckleser und eine Infrarot-Kamera. Mit Windows Hello kann man sich damit über den Fingerabdruck oder über die Gesichtserkennung ins System einloggen. Bei der Webcam gibt es ein praktisches Verdeck, mit dem die Kamera deaktiviert werden kann. Alle unsere HP-Laptops sind mit einer drei Jahre laufenden international gültigen Pick-up- und Return-Garantie ausgerüstet. Die Garantie gilt auch für den Akku. Bei Pick-up- und Return wird der Laptop im Garantiefall bei dir abgeholt und nach der Reparatur wieder zurückgebracht. In der Zwischenzeit erhältst du am Nettoon Helppoint ein Leihgerät, um die Reparaturzeit zu überbrücken. So bist du immer sorgenfrei unterwegs und kannst auch bei Reparaturen ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Optional sind Garantieverlängerungen auf bis zu fünf Jahre erhältlich und die Garantie kann mit einem Unfallschutz erweitert werden. Hallo, ich bin Patrick von TrackNeptune. Windows Hello, kann man sich damit über den Fingerabdruck… Ah! 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 Ah!